Um wiedergeboren zu werden, sang Jiggyl Frischta, während der Autorin stürzte, musst du erst sterben, dann wäre ich fast geschorren. Tod. Nein, nicht tot. Wiedergeburt. Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Allgarten ist tot! Hat nie gelebt, was Mahout noch lange nicht zum Propheten erhebt! Ich habe euch lange genug in Zweifel gezogen. Ihr habt mir die Offenbarung geschickt. Allem Anfang an benutzten die Menschen Gott, um das Nicht-Zurechtfertigende zu rechtfertigen! Was für eine Idee! Was für eine Art von Idee bin ich! Es gibt nicht einen Gott außer Allah! Wollen die Gläubigen den Verkünder anhören? Ja! Gibt es einen Gott? Gibt es einen Teufel? Wow! Wow! Ja! Wow! Oh Gott! Mein Heiligenschein scheint eine Tatsache zu sein! Was wollen Sie? Na ja, das Übliche. Ein unabhängiges Vaterland, Religionsfreiheit, Entlassung politischer Häftlinge, Lösegeld, Gerechtigkeit... Zeit für das Opfer! Opfer? Märtyrertum ist ein Privileg. Wir werden sein wie die Sonne, wie Sterne. Zeit für eine Analyse der Lage. Unverändert. Scheiße! 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 Scheiße!